Da es bei mir heute schnell gehen muss, zeige ich euch Zucchini-Puffer. Dazu braucht ihr Zucchini, 2 Esslöffel Haferflocken, eine Knoblauchzehe, Zwiebel, 2 Eier und Salz und Pfeffer. Knoblauch, Zucchini und Zwiebel klein schneiden. Alles zusammen mischen und gut umrühren. Auf beiden Seiten die Puffer herausbraten und fertig sind die Zucchini-Puffer.